Superhelden, soweit das Auge reicht, ob Marvel oder DC, ob im Kino oder auf Streaming-Plattformen, irgendwie nimmt die Nummer kein Ende. Manche lieben es, manche hassen es, aber eins ist sicher, SuperheldInnen werden uns die nächsten Jahre definitiv noch begleiten. Die Frage ist natürlich, können die Filme und Serien dem ganzen Thema überhaupt noch was Neues hinzufügen? Wir sagen, und wir wagen jetzt schon mal die Prognose, ja. Und zwar, weil es einen Stern am trüben Himmel des Superhelden-Genres gibt, und zwar ist das The Boys. Und heute sprechen wir über die dritte Staffel und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Flix und fertig. Mein Name ist Micha. Und mein Name ist Chris, hallo. Und wenn wir natürlich über die neue Staffel The Boys reden, dann werden wir halt auch schon mal direkt vorweg sagen, wir werden hier und da ein bisschen spoilern, wir werden manche Szenen genauer analysieren, wir werden halt auch mehr auf die Handlung eingehen. Das aber alles ohne einen Comic-Bezug. Denn, Micha, ich weiß ja nicht, hast du die Comics gelesen? Ich kann nur sagen, ich habe sie nicht gelesen, ich kenne sie nicht, nein. Und vielleicht erinnert ihr euch ja noch an den Podcast, der vor zwei Ausgaben kam. Da haben ja Kay und ich über unserer Meinung nach die fünf Probleme gesprochen, die gerade im Seriendschungel so herrschen. Da haben wir natürlich auch so ein bisschen über Obi-Wan und Stranger Things gesprochen. Und vielleicht macht ja The Boys da ein bisschen was anders, vielleicht sogar auch besser. Das werden wir gleich genau herausfinden. Aber mal ganz kurz, wo findet ihr uns? Ihr findet uns natürlich auf 4001.de, unserer Webseite. Dort findet ihr Kritiken zu Filmen, Toplisten, Podcasts und noch viel mehr Content. Ihr findet uns aber außerdem noch auf Instagram, Facebook, Spotify und eurem Podcapture deines Vertrauens. Yes. Und um dich direkt mal zu korrigieren, 4001reviews.de, nicht 4001.de. Da haben uns die Kurzbeschreibungen in unserer schlauen Liste kurz einen Strichdurchrechnung gemacht. Chris, es ist sehr schön mit dir heute über das Thema The Boys zu reden, weil ich weiß, dass du schon ein kleiner The Boys Ultra bist, ein kleiner Fanboy. Für mich ist so immer die Frage, weil ich kenne wahnsinnig viele, die The Boys total spannend finden und total viele, die aber komplett einen Bogen drumherum machen. Also gefühlt gibt es auch da sehr krasse Extreme. So kurz und knapp mal, um die ZuhörerInnen mal abzuholen. Was zeichnet The Boys für dich als Großes und Ganzes aus? Boah, da könnte ich wahrscheinlich so vieles nennen, aber ich glaube, wenn ich jetzt so den aktuellsten Anlass nehme, gerade jetzt hier mal wieder so in Bezug auf Obi-Wan und Stranger Things, dass The Boys für mich so kompromissloser halt einfach irgendwie ist. Weil ich habe bei den ganzen großen Serien irgendwie immer das Gefühl, da traut sich keiner irgendwie mal Charaktere einfach so rauszuschreiben. Ja, vielleicht hätte man das bei The Boys in der neuen Staffel auch ein bisschen, ich sag mal, noch extremer machen können. Aber die Serie ist halt einfach kompromissloser, derber, härter, düsterer und das sind alles einfach Punkte, die mag ich halt. Ja, total. Also ich bin auf jeden Fall auch tendenziell großer Fan. Es gibt auf jeden Fall einen Haufen What-the-Fuck-Momente auch in der neuen Staffel, da werden wir später ja auch nochmal drüber reden. Mir geht es aber auch so, dass ich nicht, du hast jetzt gerade den Vergleich mit Obi-Wan und Stranger Things gebracht, ich finde es, auch wenn man auf das ganze Superhelden-Genre guckt, wir haben ja unfassbar viel Content wirklich in letzter Zeit bekommen. Also wir haben, jetzt momentan läuft der neue Tor im Kino, den ich schon gesehen habe und genau das ganze Marvel-Franchise DC geht ja auch natürlich weiter. Dann haben wir aber auch einen Haufen Sachen, die dann irgendwie zum Beispiel auf Netflix, Umbrella Academy ist gerade auch die dritte Staffel rausgekommen. Wir hatten Invincible, wir hatten, die X-Men gehen an irgendeinem Punkt irgendwie weiter, auch wenn man es oft nicht mehr mitkriegt. Also wir haben einen unfassbaren Wust an Content und da muss ich auch sagen, The Boys sticht einfach heraus und ich bin da ganz bei dir, es ist kompromisslos. Und du kannst dich eigentlich in jeder Folge auf irgendetwas freuen, ohne zu wissen, was da jetzt kommt. Und du weißt, okay, die machen keine Gefangenen. Also das hat schon die erste, eine der ersten Szenen in der neuen Staffel auf jeden Fall gezeigt. Auch da werden wir später nochmal drüber quatschen. Aber ja, es ist kompromisslos und das ist ja irgendwie auch was Schönes. Ja, ich glaube, was ich daran auch ganz gut finde, ist, wenn ich jetzt immer mal so auf die anderen Serien gucke, so im Vergleich, so bei Obi-Wan zum Beispiel, mal davon erstmal egal, wie ich die Serie halt so finde, aber du guckst ja die Serie, du siehst ja, welche Charaktere da alle drin vorkommen und wichtig sind. Und dadurch weißt du ja schon automatisch, weil das ja vor Staffel 4 spielt, also vor Krieg der Sterne alles ist, dass einfach viele, denen kann ja nichts passieren am Ende. Und weil sonst macht die Handlung keinen Sinn, macht die Gesamthandlung keinen Sinn mehr. Und das Gute ist, bei The Boys weißt du ja nicht wirklich, was passiert. Ich habe ja schon eingangs erwähnt, wir machen jetzt hier keinen Comicbezug, aber ich habe auch schon viel gehört, dass die Serie sich mittlerweile sehr viel von dem eigentlichen Comic distanziert und eigene Wege halt einschlägt. Ich habe da auch schon mal von so ein paar Beispielen mitgekriegt und finde ich auch einmal das interessant. Das heißt, die Comicleser wissen nicht immer automatisch direkt, was passiert. Die haben schon immer so eine Ahnung, so eine Tendenz, was ich auch schon mal so ganz gut finde. Und wenn ich jetzt nochmal das Stranger Things da nochmal so im Vergleich ranziehe, da hat mir einfach Kompromisslosigkeit gegen Ende halt gefehlt. Du hast da einen Riesencast und da hätte man vielleicht auch mal am Ende den einen oder anderen mehr rausschreiben können. Ja. Ja. Also ich finde genau dieses Kompromisslos, ich muss gerade drüber nachdenken. Ich weiß nicht, ob du den The Suicide Squad gesehen hast. Ich glaube, letztes Jahr kam der raus. Ja, habe ich. Genau. Ah, ich höre aber an deiner Stimme, du warst nicht restlos begeistert. Nee, ich fand den, also ich fand den okay. Ich fand den ganz, fand den ganz gut soweit. Also der hat mir Spaß gemacht im Kino, so glaube ich, den Film, den gucke ich mir wahrscheinlich nicht nochmal an. Ich habe den einmal gesehen, fand den sehr solide, besser wie viele andere Superheldenfilme. Und da ist es ja halt auch so, da kommen ja ganz viele Charaktere vor. Und ja, man könnte halt schon mal so sagen, die werden sehr schnell auch wieder rausgeschrieben. Ja, das ist mein, da ist der Name auch Programm. Also allein die Eingangsszene ist ja schon mal so ein, okay, und jetzt so auf das kannst du dich einstellen. Und das wird so grob der Ton des Films. Man muss ja aber auch sagen, dass ein Haufen, also von dem zweiten Suicide Squad, für die, die den Film gesehen haben, wissen, wovon ich rede, das wird ja auch ziemlich dezimiert so zum Ende. Also da überleben auch nicht wahnsinnig viele und das hat natürlich auch was Kompromissloses. Allerdings sagt Suicide Squad natürlich auch schon aus, in welche Richtung es geht. Ja, die werden halt sehr wahrscheinlich sterben. War für mich aber auch auf jeden Fall so ein DC-Beitrag, wo ich so dachte, oh, da hat jemand so ein bisschen Freilauf gekriegt. Und die probieren gerade den eigenen Kurs so ein bisschen zu korrigieren, sehr selbstironisch und natürlich auch wahnsinnig brutal. Und ja gut, dann sind halt in den ersten fünf Minuten, werden halt erstmal ein Haufen Leute, die man auch kennt. Also da waren ja auch wirklich Hochkaräter dabei, die haben halt plötzlich alle keine Arme und Köpfe mehr. Fand ich schon, den Mut fand ich schon, ja, fand ich großartig. Und vor allem muss ich ja auch heutzutage dann auch noch sowas, dann immer noch berücksichtigen, den Mut, dass die dann halt auch dann nicht mehr zurückkommen in irgendeiner Form. Weil es gibt ja vielleicht so ein gewisses anderes Franchise, was sich ja mittlerweile so Türen aufmacht, so, wo ich irgendwie nicht mehr das Gefühl halt habe, wenn da einer stirbt, dass es irgendeine Fallhöhe, weil das ist einfach komplett egal. Ja, perfektes Beispiel dafür wäre Star Wars Episode 9, den ich eine unfassbare Frechheit fand als ganzes Großes. Ähm, da gab es ja auch mehrere Szenen, wo du dachtest, oh, Fallhöhe. Also, ähm, ich glaube, Chewbacca war das, der dann irgendwie explodiert in einem Schiff und dann, oh nee, er ist doch nicht auf diesem Schiff. Oder C3PO, dessen Gedächtnis gewiped wird und dann geswiped, gewiped, gewiped. Ähm, und, äh, dann ist so, ach nee, hat doch irgendwie wieder geklappt. Es hat ja gar nichts an Konsequenzen irgendwie gehabt. Und da dachte ich so, also, da hab ich mich im Kino schon aufgeregt drüber, dass nichts eine Konsequenz hatte. Und da muss man sagen, ähm, um den Bogen zurückzuspannen, The Boys hat Konsequenzen durchaus. Ja, genau, äh, The Boys hat auf jeden Fall Konsequenzen. Da sterben halt reihenweise halt Leute, ähm, und man darf mich da halt auch immer nicht so falsch verstehen. Ich finde, für mich einer der größten Kritikpunkte von Stranger Things beispielsweise war, dass du hast einen unfassbar riesigen Cast da mittlerweile halt drin. Und ich weiß überhaupt nicht mehr, wer da wer alles ist. Und ich finde das halt alles auch irgendwie solide. Aber wenn einfach keiner irgendwie so richtig stirbt halt so am Ende und, oder dass halt alles nur so angedeutet wird. Ich weiß nicht, ich, ich hab dann immer so ein Problem damit, so mit, da so mitzufühlen. Und, ähm, ja, das so, ich weiß nicht, ich suche manchmal irgendwie da so einen gewissen Schocker. Und, ähm, dass dann halt auch Leute dann da immer sitzen, langen Dialog kriegen und immer nur hoffen, ja, okay, ich heule jetzt deswegen, weil das alles irgendwie so traurig ist. Ja, mein Gott, da schippt ja auch keiner so wirklich irgendwie, also. Ja, ich kann es nachvollziehen. Also ich, ich, ich fand, äh, Stranger Things, die vierte Staffel, äh, sehr, sehr gut, ähm, hat mir total gefallen. Gehe aber auch mit, ähm, es, also dass da Leute rausgeschrieben wurden, ist sehr, sehr spät passiert. Und es hätte natürlich, ähm, auch dem Bösewicht gut getan, wenn er ein bisschen kompromissloser agiert hätte. Und da Leute wirklich sterben und du merkst, hey, da steht jetzt was auf dem Spiel und nicht nur, ja, irgendwie, also im Zweifel bricht, bricht der Wegner dir halt ein paar Knochen. Und dann, äh, überlebst du es schon. Ähm, nee, das hat ja eigentlich eine viel größere, äh, der, der ist ja der Ultra-Bösewicht. Und da muss ich sagen, da gab's natürlich in Staffel 3 oder auch in Staffel 1, äh, gefühlt eine größere Fallhöhe, weil du dachtest, jo, da werden halt Leute weggekillt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sie zurückkommen, ist ja sehr, sehr gering, äh, gegen Null gehend. Also, bin ich bei dir, ähm, ich fand Stranger Things trotzdem, äh, fand eine fantastische Staffel. Und ich hoffe natürlich auch, dass sie diesen bisschen radikaleren Schritt in der fünften Staffel gehen, äh, müssen sie eigentlich fast. Ja, eigentlich schon, weil, ähm, ich glaube, ich weiß nicht, haben sie gesagt, dass es dann die letzte Staffel sein soll? Soll die letzte Staffel sein, dann ja. Ja, und dann kannst du ja nicht alle am Ende, also würde ich sagen, ich weiß ja natürlich halt nicht, was die machen, aber ich würde es mir auch wünschen, weil, ähm, ich will halt, weil dann kommen bei mir halt so die Tränen, wenn ich mir so denke, so, ach, okay, ist jetzt mal wirklich Ende. Ja. Ja, und du hast, du hast fünf Staffeln jetzt Menschen mitverfolgt und jetzt ist Ende der Geschichte. Das ist natürlich, hat einen viel höheren, emotionalen Fallhöhe, ja. Chris, ähm, wir sind schon wieder sehr abgeschweift, ähm, was aber, äh, was aber schön ist, ähm, weil es geht ja auch so um diese gesamte Einordnung von The Boys. Ähm, wenn du es jetzt so kurz und knapp, äh, sagen würdest, was so für dich so die Hauptgründe oder das Hauptthema war von The Boys Staffel 3, was hat, was hat die dritte Staffel so für dich besonders gemacht? Vielleicht auch im Hinblick auf die zwei Staffeln, die davor waren, war das für dich eine Steigerung, war das für dich eine konsequente Weiterführung, hat das vielleicht eine Sache neu erfunden für dich? Ähm, beides, halt irgendwie, es war für mich eine Weiterentwicklung, ich hätte ja zum Beispiel auch gar nicht gedacht, dass die, äh, Stormfront, das war ja quasi so der Hauptantagonist auf Staffel 2, dass sie, dass sie hier irgendwie nochmal so einen Auftritt kriegen, zwar auch nur so einen ganz kleinen irgendwo, aber... Aber einen skurrilen auf jeden Fall. Aber einen sehr skurrilen, der einem auch irgendwie so hängen bleibt und eigentlich hätte ich gedacht, so, die kommt erstmal gar nicht mehr vor. Und, ähm, das ist ja, das ist ja quasi eine nahtlose Weitererzählung von Staffel 2 und das finde ich halt ganz gut. Und ich finde halt einfach, ähm, was ich halt vieles bei den anderen Serien halt immer so kritisiere, gerade halt immer so in Bezug aufs Drehbuch und vor allen Dingen Logik und sowas, ähm, das ist hier für mich halt irgendwie einfach alles ein bisschen besser, besser geschrieben, auch wieder kompromissloser. Und, ähm, ich würde ja halt mal sagen, da gehen ja, glaube ich, gerade viele damit einher, dass wahrscheinlich hier der Homelander einer der besten Bösewichte wahrscheinlich ist, den man im Serienbereich gerade generell so finden kann. Und ich finde halt einfach super gut, wie der geschrieben wird, also wie der geschrieben ist und, ähm, das ist gerade fast mein Lieblingscharakter da drin. Ich meine, Billy Butcher finde ich auch super, weil das halt einfach so ein Arsch ist und so ein bisschen auf eine perfide Weise auch so ein Spiegel von Homelander ist, aber, ähm, ich mag den so gerne. Und das war vorher immer alles schon so ein bisschen angedeutet, aber der kriegt ja jetzt hier in Staffel 3 viel mehr Screentime und das wird ja auch gegen Ende schon sehr viel angedeutet, wohin das mit ihm geht, ähm, ja, wahnsinnig gut. Also von der, von der, ja, vom reinen Storywriting her finde ich super, Charakterentwicklung finde ich super, aber auch ein kleiner Nachteil dadurch, ein paar Charaktere kriegen ein bisschen wenig Screentime. Das wäre vielleicht so ein bisschen so, wenn man Kritik suchen würde, wäre vielleicht da so ein bisschen Kritik zu suchen, weil andere so viel Screentime kriegen und sich so viel weiterentwickeln können und wir auch hier einen sehr neuen, sehr wichtigen Charakter ja auch noch dazukriegen, ähm, ja, wäre vielleicht, wenn ich überhaupt spontan überhaupt was zu kritisieren hätte, dann wäre es vielleicht, dass eine Charaktere ein bisschen zu kurz kommen. Welche Charaktere wären das zum Beispiel für dich? Ähm, Queen, Queen Maeve finde ich ein bisschen unterrepräsentiert, weil da ist es ja so, die gibt ja, die ist ja quasi halt immer nur so, ähm, der Füller für, so geht die Handlung halt weiter, ne, so hier, so hier Butcher, hier kriegst du ja das Zeug, damit kannst du theoretisch gegen Homelander erstmal mithalten und gibt ja auch so den Hint, ja, hier geht man nach, geht man nach Russland, da könnte eventuell eine Waffe sein, die Homelander besiegt und, ähm, dann ist sie erstmal wieder ein paar Folgen weg und dann kommt die irgendwann ja, ich glaub, nochmal wieder, dann gibt da noch so ein Techtel-Mächtel noch zwischen den beiden, dann wird sie irgendwie weggesperrt für ein paar Folgen und ganz am Ende kommt sie nochmal kurz wieder, um, ja, halt beim Endkampf mitzumachen, also so wir, wie das gerade so klingt, aber so war es ja halt auch einfach. Naja, ja, 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 stimmt, ich hab die auch immer mal wieder zwischendurch vergessen, dass sie ja eigentlich noch eine, also, und dafür spielt sie ja am Ende ja doch eine sehr tragende und wichtige Rolle. Ja. Sie ist ja eben nicht nur, ähm, wie sagt man so, die Wegbereiterin, hey, was machen wir jetzt, mach doch mal das, okay, sondern sie greift ja am Ende ganz, ganz aktiv und auch ganz wichtig in den Endkampf ein, da werden wir auch gleich nochmal drüber quatschen. Und vor allem noch ein ganz wichtiger Charakter, der mir auch irgendwie so ein bisschen zu kurz kam und ich dachte, die machen mehr mit dem, weil das alles so angedeutet wurde, dass sie mehr mit dem machen, ist halt Black Noir. Ja, ja, von dem hätte ich gerne noch ein bisschen mehr erfahren, also das, was sie an Brotgruben hingeworfen hatten, auch die fantastischen Animations-Disney-Szenen, hätte ich tatsächlich auch gerne noch ein bisschen mehr gewusst von seiner Background-Geschichte, es wird ja ein bisschen was angedeutet, aber ja. Ja, aber das werden wir jetzt natürlich halt nicht mehr erfahren. Jo, aber da, in der Hinsicht waren sie natürlich konsequent und haben den Charakter ausgeschrieben. Ja, das, äh, ja genau, fand ich halt schade, aber das ist halt auch dann wieder sowas, was mir dann bei den anderen Serien halt wieder fehlt, so, weil ich muss sagen, ich hätte nicht damit gerechnet, dass sie den am Ende noch raus, noch aufschreiben werden. Ja. Ja. Voll. Und es hat ihn natürlich gebraucht, also um da vorwegzugreifen, ähm, es gab diese eine fantastische Szene in der letzten Folge, wo, äh, Homelander, dem übrigens, durchgebliebenen Team im Prinzip sagt, boah, hier wurde, also hat sich einer, ähm, in Cold Blood im Prinzip eines Teammitglieds oder eines anderen Soups irgendwie entledigt und, äh, wer ist denn das? A-Train schaut einfach nur runter auf den Helm von Noir und, äh, hat so einen geilen Gesichtsausdruck, weil Homelander offensichtlich gerade eben erst Noir umgebracht hat. Äh, und so diese Doppelmoral fand ich, äh, da unfassbar schön rausgearbeitet. Einfach nur durch diesen kurzen Schwenk auf diesen, auf diesen Helm und kurz A-Train, der, der das Gesicht verzieht. Ja, was mir gerade halt auch wieder so einfällt, ist, ich, ich bin immer so ein Fan davon, wenn du halt einen Antagonisten hast, der einfach nahezu komplett übermächtig irgendwie ist, ne, und das wird ja so ein bisschen so dargestellt, so mit Homelander, weil, ich fand, hier in der Staffel wird er mal so ein bisschen dekonstruiert, sodass er nicht so übermächtig ist, wie er zu sein scheint. Ähm, und, aber in den ersten beiden Staffeln, da war er ja eigentlich gefühlt unbesiegbar und deswegen haben ja auch alle so viel Angst vor dem und der ist ja halt auch wahnsinnig und, äh, hat ja auch wahnsinnig, hat ja auch viele komplexe, er ist ein Narzisst und denkt ja halt auch nur an sich und will ja halt auch seine eigene Weltideologie aufbauen und, ähm, ja, aber halt in der Staffel kriegt er das erste Mal, oder ist ja das erste Mal Situation ausgesetzt, wo er halt selber merkt, so unbesiegbar ist der gar nicht. Ja, ja, nur ist ein guter Punkt angesprochen, so das Stichwort Dekonstruktion, äh, eines Superhelden. Ähm, ich musste nämlich immer wieder, als ich The Boys in den letzten Jahren, äh, geguckt hab, auch an Watchmen denken, aus unterschiedlichen Gründen, also ich bin tatsächlich großer Fan des Comics, äh, von Watchmen. Ähm, ich war witzig, oder ich bin auch immer noch, äh, der Meinung, dass Watchmen von Zack Snyder ein guter Film ist, ähm, was, äh, weil ich finde, dass, äh, die visuelle, die visuellen Fähigkeiten von Zack Snyder sich hier in einer krassen Geschichte schön die Hände, die Hand reicht, sozusagen. Ich würde sagen, ich finde, Zack Snyder ist kein guter Storyteller, aber wenn er eine gute Vorlage hat, dann kann er die visuell richtig, richtig schön umsetzen und da hat man gemerkt, dass das Comic halt der Wahnsinn ist inhaltlich und dass Zack Snyder das, äh, schön verfilmen kann und schöne Bilder dazu machen kann. Ähm, bin ich, also da gibt's viele Leute, die anderer Meinung sind, gerade auch Fans des Comics. Ich finde, beide haben für ihr Medium einen wahnsinnig, wahnsinnig ästhetischen Wert und haben das echt gut gemacht. Äh, ich war auch tatsächlich, äh, großer Fan der HBO-Serie, die danach kam. Ähm, also ich bin da tatsächlich auch großer Watchmen-Fan in jedem, ähm, sag ich mal, in jedem Rahmen. Das sind ja auch unterschiedliche Werke. Äh, und Watchmen geht ja auch so ein Stück weit um das Dekonstruieren der Superhelden und das, nicht des Genres, also so ein bisschen schon auch, aber es geht ja eigentlich um die Frage, wenn du so übermächtige, äh, Superhelden hast, wie gehst du denn damit um? Wie gehst du als Gesellschaft damit um? Wie gehst du in der Politik damit um? Ich finde, das, äh, das trifft sich sehr stark auch mit der Aussage und den Inhalten von The Voice. Äh, man könnte jetzt auch sagen, Homelander, ähm, ist ja auch sowas wie Dr. Manhattan. Ähm, ähm, in, in Watchmen, weil, für die, die Comic oder Film kennen, ähm, Dr. Manhattan ist so ein übermächtiger, großer, blauer, äh, Gott, wenn man so will und der gewinnt halt auch kurz mal den Vietnamkrieg, äh, auf eigene Faust. Also, der ist so wunderbar. Also, nur damit ich immer mal ganz, ganz kurz einhake, falls man vielleicht Watchmen nicht gesehen hat. Ich hab zum Beispiel nur den Film gesehen, aber jetzt mal so vom Power-Level her, wäre da nochmal ein ganzer, also wäre da quasi nochmal over 9000 über Homelander, weil der muss einfach nur mit dem Finger schnipsen und dann löse einfach seine Materie auf. Ja, genau. Also, ist nochmal krasser, äh, keine Frage. Und, ähm, das Spannende ist ja, dass wir da so ein, so ein Gott-Gott-Charakter haben, aber dass die anderen Figuren in Watchmen ja auch dekonstruiert werden. Also, wir haben, äh, den absoluten schwarz-weiß-Gerechtigkeitsmensch, äh, das ist Rorschach, der, der ganz klar ist, äh, das ist richtig, das ist falsch und wir müssen nach diesem Credo-Handeln, wir haben wackelnde Figuren, wir haben, wir haben den, ähm, Comedian, äh, wo man merkt, okay, der ist eigentlich auch ein total, äh, narzisstisches, äh, vergewaltigendes, mordendes Arschloch. Ähm, und die Superhelden sind halt nicht mehr so super. Und ich finde, mit Watchmen, da wurde das damals wahnsinnig schön aufgearbeitet. Und daran muss ich immer wieder denken, weil ich in The Boys auch finde, da hat jeder Dreck am Stecken. Da hat jeder eine Hintergrundgeschichte, da hat jeder, ähm, auch Trigger und, und sag ich mal, eine Backstory, wo man merkt, okay, da liegen, da sind wirklich Traumata am Start, da, da, da ist was nicht, äh, nicht aufgeräumt. Und das fand ich an der dritten Staffel, um, um zurückzukommen auf das, was, was die dritte Staffel für mich besonders gemacht hat, zu schauen, wo kommen die denn eigentlich her? Ja, und dann zu merken, dass die Achillesferse von so einem Homelander ist, dass er keinen Vater hatte, slash der Vater, den er dann kennt, den Vater, den er kennenlernt, ihm sagt, ja, du bist ein Disappointment, äh, und, und diesem omnipräsenten Typen die Tränen kommen, weil er sagt, ja, er hat letztendlich einfach, äh, entzogene Liebe in seinem Leben gehabt und hatte keine Vaterfigur und ist deswegen so ein unfassbares Arschloch, ähm, oder mit Grund natürlich, also, äh, das fand ich, das fand ich großartig. Also, wie sie den Homelander aufgebaut haben, ähm, und du hast das ja auch in den, auch in den anderen Figuren, ich finde, du hast, äh, äh, genau, man kriegt das immer mal wieder mit, was so die Elternfiguren und was die, ähm, die Backstories im Prinzip, was die für eine Auswirkung haben auf die, auf die Supes, äh, fand ich da fantastisch. Äh, Billy, Billy Butcher kann man da auch noch ganz gut heranziehen, weil da gibt's ja auch diese eine Folge, wo, äh, man quasi so diesen ganzen Flashback, äh, Flashback hier in seiner Kindheit halt hat, wo er, glaube ich, immer seinen, äh, äh, jüngeren Bruder, glaube ich, beschützt hat vor seinem, ähm, Vater, der halt seine Kinder schlägt. Ja, genau, genau. Ja, und das ist genau der Punkt, also ich hab's Gefühl, da wurden die ganzen, äh, wenn man so möchte, dann könnte man natürlich sagen, okay, die, die dritte Staffel geht so ein bisschen um Vaterschaft oder um Elternschaft, ähm, und du hast ja auch das Dilemma, dass jetzt, äh, ne, äh, äh, Butcher haut, äh, ab, also in seiner Kindheit, äh, haut er ja irgendwann mal ab und lässt seinen jüngeren Bruder zurück, ähm, und, ähm, später übernimmt er aber so eine Art Verantwortung für seinen Sohn, der nicht mal von ihm ist, sondern eigentlich von Homelander, aber er übernimmt diese Vaterrolle, ähm, ne, also genauso für Yui, ähm, übernimmt er ja auch so ein bisschen eine komische Vaterrolle. Vaterrolle, das siehst du sogar in der Montage, ne, äh, wie er praktisch, äh, mit seinem Vater agiert, oder war das das? Ich glaub, mit seinem Vater agiert und wie er, äh, oder wie sein Vater agiert und wie er agiert mit Yui und merkt, er hat genau die gleichen Züge wie sein Vater. Und das fand ich spannend oder fand ich sehr dominant, dass da die, die Writer wirklich gesagt haben, okay, lass mal auf die Herkunft, Herkunftsgeschichten der einzelnen Figuren gucken und Vaterschaft, ähm, ich müsste jetzt nochmal die Staffel nochmal gucken, um zu schauen, geht's auch um Mutterschaft, geht's generell um Eltern- oder Vorbildfunktion, äh, aber genau bei Homelander und bei Butcher, ähm, sind das ja auf jeden Fall sehr präsente, äh, präsente Themen. Mir fällt grad noch ein anderes Thema noch ein, was ja auch immer, also das ist halt immer so ein wichtiger Punkt in der Serie, aber jetzt nochmal, glaub ich, wieder umso wichtiger, und zwar der Umgang mit Social Media und deren, ähm, ja, ich sag mal so, deren Ruf auf sozialen Plattformen, weil damit spielen die und interagieren ja halt auch irgendwie immer, und da gab's, hatten wir ja halt dann auch so tolle Momente irgendwie gehabt, wo, ähm, wo sich, ähm, der Homelander sich ja das erste Mal sich ja so richtig emanzipiert, sich ja hier auf dieser Rede und, ähm, man ja eigentlich so dachte, okay, sein, sein ganzer Ruf müsste jetzt komplett abstürzen, aber nee, es kam ja genau andersrum, der hat eigentlich quasi einen positiven Schub gekriegt, wie eigentlich sonst vorher noch nie, wo er selber nicht mitgerechnet hat, wo er dann ja auch das erste Mal merkt, hey, wenn ich so radikal bin und so ehrlich und, ähm, halt auch mal sage, was ich denke, da hören halt viele drauf. Ja, absolut, absolut richtig, ähm, hat mir auch so ein bisschen die Socken ausgezogen, weil ich so dachte, yo, da sind sie gerade sehr am Zeitgeist dran, was das Writing anbelangt. Und das ist sehr beängstigend. Ja, es ist sehr beängstigend und, äh, ist gut, dass du sagst, weil, ähm, ich hab, ich hab die, äh, letzte Folge ist vorgestern, äh, geguckt, ähm, also, was heißt erst, da kam es ja auch erst raus, äh, wir nehmen gerade am Sonntag auf, ähm, aber, da gibt's am Ende diese Szene, wo Homelander dann einfach diesen Typen filetiert, am Ende, und, ähm, und ich war so richtig, ich dachte so, damit kannst du nicht durchkommen und plötzlich jubeln diese Leute und er hat Tränen in den Augen und du merkst, je radikaler und, 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 und klar abgegrenzter und konfrontativer er ist, desto mehr findet er in dem Radikalen auch seine Anhänger, ähm, was ich, ja, also, es fällt nicht schwer da, die Vergleiche zu der amerikanischen Politik gerade oder auch in anderen Ländern, äh, zu finden, das ist schon sehr plakativ, aber sehr effektiv. Vor allem, wenn man dann halt dann noch so überlegt, okay, es kommt auf jeden Fall noch eine Staffel, äh, Staffel 4 und ich glaube eine 15 war, glaube ich, auch schon mal angedeutet, also, das wird noch eine ganze Weile so weitergehen, ähm, kann man sich jetzt jetzt schon denken, ja gut, also dem sind jetzt wirklich alle Ketten erstmal gelöst und der wird jetzt wahrscheinlich noch sehr viel radikaler halt auch durchgreifen und wird halt auf Leben ziemlich pfeifen, wo er vorher sich halt noch selbst zurückgehalten hat, gerade hier aufgrund hier von Ruf und wie werde ich hier in der Öffentlichkeit wahrgenommen, ja gut, weil, ähm, dann nehmt ihn halt halt eine Hälfte vielleicht halt nicht mehr wahr, aber dafür die anderen, die extremeren, die radikaleren, äh, sind dann halt seine richtig treuen Anhänger, ähm, ähm, und ich finde sie halt auch sehr schön so von Anthony Starr ja halt auch gespielt, dass du siehst den, dass er halt so auch so richtig so immer, immer wieder in fast jeder Szene in seinem Gesicht halt an, weil ich finde, der spielt ja so wahnsinnig geil mit Mimik und Gestik halt einfach und ich finde halt so, das ist nicht immer so cool und so, ne, so heroisch halt immer so dargestellt, sondern manchmal finde ich, siehst du dadurch auch immer ganz gut so das Kind in ihm eigentlich noch, was einfach zu wenig geliebt wurde. Ja, und wenn er konfrontiert wird, dann, dann knirscht's erstmal in ihm, oder wenn jemand sagt, hey, nee, du bist nicht der coole, äh, Superheld, dann, äh, merkst du das dann, ja, ja, er hat eine unfassbare Mimik, muss man echt sagen, deswegen ist er auch einer der krassesten Antagonisten momentan in der, in der Film- und Serienlandschaft, ganz klar. Ähm, erinnerst du dich noch an die zweite, äh, an die zweite Staffel, da gab's einen Moment, wo er so einen Tagtraum hat und so eine komplette Rallye mit seinen Wäscherstrahlen. Habe ich gerade aufgedacht. Ah, ja, okay, genau, weil da muss ich gerade dran denken, ne, so dieses, früher hat er es halt immer noch nicht gemacht und jetzt, äh, gibt's praktisch diesen Pay-Off in der, in der letzten Szene praktisch von der dritten Staffel, dass halt so ein Typ einfach platt macht, der ihm widerspricht, das heißt, er kann jetzt so ein bisschen, genau, frei, frei schießen. Riot gehen. Ja, total. Aber was wir aber halt ja auch noch haben, ähm, ist ja immer noch so die, ein übergeordnete Handlung, was ja, ähm, ich weiß nicht, würdest du auch damit d'accord gehen, das ist ja immer so eine große Rache-Handlung halt einfach. Und diesmal, wir hatten ja vorher immer nur eine gehabt, weil, wenn man's ganz runterbricht, Bidi Butcher, der den Homelander erledigen wollte und jetzt kriegen wir ja hier eine komplett neue Person noch hinzu, die ja quasi auch nochmal so einen kompletten Revenge-Part halt noch bekommt, indem, äh, Soldier Boy, der noch neu dazukommt, ähm, sein altes Team einfach komplett erledigen will. Ja. Ähm, was war deine Frage jetzt genau? Ja, ähm, würdest du da jetzt halt auch so mit d'accord gehen, dass wir jetzt hier nochmal einen doppelten Rache-Part hier halt einfach haben? Und, ähm, ja, wie fandest du das halt? Also, wie fandest du das? Ja, also genau, es ist doppelter Rache. Ich fand, ähm, es insofern spannend, weil man gemerkt hat, wie die einzelnen Geschichten so ein bisschen trotzdem Hand in Hand gehen. Also, dass du einen Butcher hast, der seine Rache, äh, nehmen will und er auch nur mit diesem krassen Dude, äh, Soldier Boy, ähm, partnert, weil er weiß, die haben im Prinzip das Gleiche, oder er kann ihn zumindest auf Homelander ansetzen. Mhm. Äh, das fand ich für die Story eigentlich ganz spannend. Ich musste auch am Ende sagen, okay, ähm, dass Soldier Boy wieder weggesperrt wird, ist wahrscheinlich auch in Ordnung, weil, das war ja, glaub, so ein bisschen das Thema, Feuer mit Feuer bekämpfen geht halt nicht so wahnsinnig gut. Ähm, das war ja der Versuch, dass man da mit einem Homelander irgendwie seine, seine, seine Kräfte nehmen kann und das war ja auch offensichtlich bisher der einzige Antagonist, ne, was heißt Antagonist, Gegenspieler für Homelander. Also, man hat ja gemerkt, Homelander hat zum ersten Mal richtig Schiss, hast du vorhin ja schon gemeint. Mhm. Ähm, ich fand, es ist gelungen, ähm, ich weiß nicht, ob Rache die nächsten Staffeln weiter durchträgt, ähm, weil es ist jetzt schon sehr präsent und Butchers Figur ist ja schon wirklich sehr, sehr rachsüchtig und entsprechend ja auch sehr hart und kantig und kompromisslos. Ich weiß nicht, ob du das ewig durchziehen kannst oder ob es an irgendeinem Punkt, na, ob vielleicht mal Homelander und Butcher beide das Zeitliche segnen müssen. Und dann ist die Frage, okay, was wird der neue Kern von The Boys? Ich glaube tatsächlich, ich glaube tatsächlich, dass, ähm, mit dem Tod von Homelander, glaube ich, aktuell, ähm, wird die Serie wahrscheinlich zu Ende. Mal davon abgesehen, dass der Schauspieler halt gut ist, aber das ist ja quasi immer noch so die große, so die groß übergeordnete Aufgabe ist ja quasi, den Typen zu Fall zu bringen und vielleicht dann halt dann noch so der Gesellschaft mal beizubringen. Also, die, die Supes, beziehungsweise Superhelden sind nicht immer alle immer so gut. Ja. Und ich glaube halt einfach, wenn der weg wäre, dann wäre wahrscheinlich die Serie halt auch für viele auch einfach zu Ende. Und dementsprechend glaube ich, dass das Ende von The Boys müsste irgendwie den, der Untergang von Homelander halt sein. Und, ähm, es kann natürlich halt sein, ob das jetzt ein Billy Butcher sein wird, das weiß ich ehrlich gesagt nicht mal. Das könnte ich mir auch gut vorstellen, dass er es wahrscheinlich gar nicht wird, ähm, der ihn vielleicht am Ende halt erledigt, ähm, aber halt irgendwie zum Erledigen noch so seinen Teil dazu beiträgt, denn, und dann sind wir schon sehr im Spoiler-Bereich, äh, wir kriegen ja am Ende halt die Information halt, ne, dass er gar nicht mehr so lange zu leben hat, weil er sich ja immer dieses, dieses Tem, dieses Tem, dieses Tem, 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 Tem. Und, ähm, dieses Spritzen, ne, dieses, äh, äh, womit halt auch normale Menschen kurzzeitig halt, äh, Superkräfte bekommen und ich finde schon sehr bezeichnend, dass er ja quasi die gleichen Superkräfte kriegt wie Home, wie Homelander. Und dass halt aus seinen Augen nicht rot, sondern Gold kommt, das finde ich schon, viel schon alles sehr bezeichnend. Ähm, ist aber auch gar nicht mal so ein großer Spoiler, weil das wird ja schon so ein bisschen im Plakat ja schon angedeutet. Ähm, und, äh, er dann, genau, wir kriegen dann auch die Information mit, dass wenn du dir das zu oft spritzt, und das muss nicht mal so oft gewesen sein, dann, äh, schädigst du so sehr dein Hirn, dass du davon, äh, ja, stirbst. Ja. Ja, voll. Ähm, ja, also ich, ich, ich stimme dir auf jeden Fall zu, dass, dass, äh, genau, irgendwie so ein Clash da noch passieren muss. Oder ob, ob, ich vermute schon, Butch ist so eine starke Figur, dass du ihn eigentlich bis zum Ende dabei haben musst. Ich kann mir vorstellen, dass beide in, in einem epochalen, äh, Endkampf sterben und irgendwie vielleicht auch beide merken, naja, war es das jetzt wirklich, wer sich kennt. Oder der Sohn von Homelander hin erledigt. Oder der Sohn von Homelander, äh, genau, da, der, der springt ja da auch noch mit rein. Ähm, ähm, ja, also du hast schon recht, ähm, eine höhere Fallhöhe als so ein, äh, wild gewordener Homelander, der kriegst du wahrscheinlich in dieser Serie nicht mehr glaubhaft hin. Ähm, Soldier Boy war jetzt noch so ein Pendant, aber den haben wir jetzt erweckt, den kannst du nicht wieder reanimieren. Ich, ich muss aber sagen, bei Soldier Boy fand ich das extrem gut. Ich hätte halt nicht gedacht, dass sie noch so, noch mal so ein, ähm, ja, man muss ja schon sagen, Soldier Boy ist ein Bösewicht, ähm, der spielt zwar so ein bisschen bei den Guten halt mit, aber nur weil er seine eigenen Ziele halt auch so verfolgt. Naja. Ich hätte, ich hätte irgendwie nicht gedacht, dass die noch mal so einen Charakter reinbringen, der doch sehr anders ist wie ein Homelander, auch von seinen Fähigkeiten-Setup her, hat der ja, ist ja in vielen Sachen anders, der kann ja auch viele so einfach nicht, der kann ja nicht einfach so fliegen und Laser aus dem Augen schießen, aber die Fähigkeit, die er halt hat, die ist irgendwie ganz interessant. Das ist ja quasi wie eine Explosion, die, wenn sie Supes trifft, dann deren, äh, Fähigkeiten nimmt. Genau. Und was anderes, äh, kannst du ja im Prinzip auch einem Homelander nicht entgegensetzen. Der ist ja unkaputtbar, der stirbt nicht. Was du ihm nehmen kannst, ist Macht, indem du ihm seine Kräfte nimmst und dann ist er eben wieder ein ganz normaler Dude. Also ich, so grundsätzlich als, in Anführungszeichen, Antagonist, von, zu einem Antagonisten, ähm, war das schon eine sehr konsequente Rolle und auch eine sehr konsequente Fähigkeit zu sagen, okay, eigentlich kriegst du den Typ nur platt, wenn du ihm halt die Macht nimmst. Ähm, was jetzt halt passiert, das ist auch natürlich spannend, das ist Spekulation, da werden wir nachher nochmal kurz drüber quatschen am Ende dieses Podcasts. Ähm, ich würd sagen, jetzt haben wir schon viel gefachsimpelt, äh, lass mal konkreter werden. Ähm, genau, wir haben nämlich, äh, uns jeweils drei, äh, unserer persönlichen What-the-Fuck-Momente aus The Boys Staffel 3 rausgeschrieben, ähm, und, äh, wollen da ganz kurz mal ein bisschen drüber quatschen, wie es uns damit ging und warum es für uns What-the-Fuck-Momente gab und für diejenigen unter euch, die The Boys kennen. Und ihr wisst, keine Kompromisse, da passieren viele Dinge und so auch in Staffel 3. Chris, magst du anfangen oder fange ich an? Äh, ich kann gerne, ich kann gerne anfangen. Schieß los. Würde ich wahrscheinlich, äh, mit das größte Event irgendwie so nennen, wo sie wahrscheinlich im Marketing, glaube ich, auch die meiste Werbung rumgemacht haben. Oh ja. Und ich zumindest halt auch mal so mitbekommen habe, dass sie es vielleicht mit dem Marketing, was, äh, die Folge auch angeht, ähm, ein bisschen über, ein bisschen übertrieben haben. Ja, aber einer von uns muss ihn ja erwähnen, ich mach's gerne. Das ist natürlich der Hero-Gasm. Yes. Yes. Erzähl uns, äh, warum so krass. Ja, ich finde, also, das ist so, das ist halt so ein Ding, ähm, ich hab, ich hab das halt irgendwie gesehen, erstmal allein schon, wenn sie davorstehen und wer die, wer die Tür aufmacht, ey. Okay. Ich sag mal so, da war ich schon beeindruckt. Da war ich schon sehr beeindruckt, wer die Tür aufmacht, dachte mir, der hat gute Argumente. Ja. Ähm, ja, und dann, was du dann da drin so alles zu sehen bekommst, ich würde mal sagen, man hätte es noch krasser machen können, weil es wird ja immer sehr vieles nur so im Hintergrund immer so angedeutet. Aber ich finde es, ey, sorry, ich schäme mich manchmal für meinen Humor, ne. Aber ich finde es einfach zu lustig, wenn du da halt dann da, wenn du einfach in deinen Raum reingehst, dann wird bei Telekinese ein Vibrator da vorbei, der schwebt da vorbei. Ey, ich kann, ey, sorry, ich finde es einfach witzig. Ja. Und, genau, man hätte das wahrscheinlich alles viel extremer noch machen können. Ich hab auch schon mitgekriegt, in den Comics ist es auch viel krasser, aber, ja, wahrscheinlich muss es halt so fernsehgerecht noch alles noch lassen, dass du das noch so aufstrahlen kannst, weil sonst könntest du es wahrscheinlich nicht aufstrahlen. Und vieles wird ja immer so im Hintergrund halt nur so angedeutet, also, da siehst du ja nichts so explizit. Aber ich finde es aber auch einfach lustig, wenn die Schauspieler da so durchgehen und dann selbst immer so angewidert sind und schockiert und müssen auch manchmal ein bisschen schmunzeln und sowas. Das ist einfach schon irgendwie lustig. Und dann natürlich, wenn MM einmal die Tür aufmacht und, ich sage mal so, eine volle Ladung abkriegt. Ja, fuck, stimmt, hab ich komplett verdrängt. Moment, ja, ist natürlich, ist ein What-the-fuck-Moment, aber auch nicht verwunderlich. Tatsächlich, ich gehöre zu einem der Leute, ich wusste nicht, was passiert in dieser Folge. Ich hab's auch nur, ich hab nur das Promo-Video davor gesehen, wo ja gesagt wurde, diese Folge ist für keine Audience geeignet. Und ich dachte dann schon auch, okay, ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Also, ich dachte dann, okay, so krass war es jetzt nicht, dass ihr so krass auf die Marketing-Schiene drücken müsst. Macht schon Sinn? Ja, auch auf jeden Fall What-the-fuck-ig, aber hätte What-the-fuck-iger sein können auf jeden Fall. Ja, genau, und dann vor allen Dingen halt, da werde ich aber dann beim nächsten Punkt noch eingehen, ist in quasi den gleichen Handlungsort, wie das dann alles dann dort weitergeht. Das fand ich halt auch sehr gut, aber dazu sage ich dann gleich noch was. Wenn wir zu einem zweiten Punkt kommen, deswegen erzähl du doch erstmal, was ist dein Point 3? Yes, also der, auf Platz 3 meiner What-the-fuck-Momente war auf jeden Fall einer der ersten Szenen in The Boys. Es geht um diesen Soup, der sich vergrößern und verkleinern kann, der auch erstmal Sex mit einer Barbie oder so hat in so einem Puppenhaus. Und die Leute stehen drumherum und feuern ihn an und genau für die, die es gesehen haben, die wissen, welche Szene es ist, ein, genau, ein Schwule, also man vermutet, die sind vielleicht auch sogar ein Pärchen, also ein schwules Pärchen und der Soup ist einer davon und er geht letztendlich, er macht sich klein und geht in den Penis dieses Menschen hinein, genau, tapst da ein bisschen rum, erstmal alles sehr explizit gezeigt, wo ich auch dachte, hui, die Staffel wird, also fängt schon mal steil an, musste auch lachen, weil es wieder so absurd ist und letztendlich genau sagt dieser Typ, also der Größere sagt, ja, hier, geh mal bis in die Prostata und der kleine Soup läuft da in den Penis rum und berührt so ein bisschen alles from the inside und es kommt, wie es kommen muss. Er hat irgendwie eine allergische Reaktion und muss niesen und während er niest, wird er wieder groß und sprengt diesen Typen im Prinzip in zwei Teile oder noch viel mehr Teile und bringt den halt einfach um. Ähm, was ich erstmal, also ich musste lachen und schreien gleichzeitig, weil ich es so krass fand, ähm, dachte gleichzeitig wieder, okay, ähm, es ist kompromisslos und das kann ich einfach nur sehr respekten. Ähm, und drittens fand ich auch, fand ich auch spannend, weil sie damit so ein bisschen dieses Thema von, ey, es ist auch dangerous, wenn Soups und Menschen irgendwie aufeinander prallen. In dem, in der Form war das jetzt natürlich sehr überspitzt gemacht, aber es, es gibt schon so ein bisschen einen Hinweis wieder darauf, okay, ähm, diese Welten, die clashen und so könnte das aussehen und das wird sehr, sehr blutig und schlimm. Von daher, das war für mich auf jeden Fall ein sehr früher What-the-Fuck-Moment in The Boys Staffel 3. Ja, das war bei mir halt auch so eine Szene, wo ich einem Kumpel direkt geschrieben hab, ey, du musst die erste Folge mal reingucken, ne, ey, du glaubst nicht, was da passiert und das Krasse ist, das ist ja irgendwie, das ist ja wirklich die erste Szene da, glaube ich, da drin, weil dann kommt ja sogar halt auch erstmal das Logo und alles. Ja, ey, what the fuck, ey, das war, das ist schon der krasseste Serieneinstieg für mich gewesen, der ganzen letzten, vielen Serien, die ich dieses Jahr so geguckt hab, ähm, und wo ich vieles immer, den Stempel immer draufgegeben habe, das ist Content, das fand ich, das hat, die, die trauen sich, die trauen sich was und das als Einstieg zu nutzen, holy moly, ey. Yes, yes. Was ist dein Punkt 2? Ja, ich hab's ja eben schon so ein bisschen angedeutet und zwar, ähm, ist es halt, ähm, also ist es eigentlich so die Kämpfe da, die Kämpfe in The Boys, also gerade so diese, ich sag mal, opraleren Kämpfe, wo er so der Erste ist beim Herogasm, wenn der Soldier Boy quasi erstmal den kompletten Herogasm erstmal sprengt und quasi so gefühlt die ganze Inneneinrichtung demoliert und fast alle tötet, dann geht's ja quasi weiter, wo dann das erste Mal aufeinandertreffen Homelander, Billy Butcher und Soldier Boy und dann da so den ersten Kampf mal zusammen haben und ich muss sagen, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, ich hab schon andere Stimmen im Netz gehört, ich fand den Kampf mega gut und ich hab mir gewünscht, bitte macht da jetzt nicht so einen, so einen absolut epischen Fight da jetzt raus, wie jetzt hier bei, äh, Superman, äh, Man of Steel, wo sie sich dann durch zehn Hochhäusern sich dann durchwerfen, weil das war genau das, was ich halt, was ich, meine persönliche Meinung, ich nicht, ich nicht wollte, weil du erkennst dann da halt einfach nichts mehr drin, da wird nur noch ein kleiner Punkt von A nach B geworfen, das kann, keine Ahnung, kann der oder der Charakter sein, du weißt es ja nicht, du siehst es ja nicht, aber hier hast du ja quasi nur in einem Raum alles und ich fand das einfach wahnsinnig schön umgesetzt, gut choreografiert, es sieht toll aus und es muss nicht immer so mega episch einfach sein, es kann auch mal ein bisschen kleiner sein, auch wenn die Charaktere eigentlich, wenn wir mal ehrlich sind, von der Power her es zulassen müssten, dass da theoretisch alles hier weggesprengt werden müsste. Ja, 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 auf jeden Fall. Wie fandst du den Kampf? Also jetzt Hero Orgasm oder Endkampf? Äh, ich hab ja jetzt gerade erstmal nur vom Hero Orgasm-Kampfes mal gesprochen. Sorry, ähm, äh, Hero Orgasm, äh, fand ich cool, also ich fand, äh, es war spannend, ich fand es eine spannende, ich fand es eine spannende Dynamik, vor allem, weil da ja mehrere, also weil wir vor allem auch mal Butcher in Action sehen und dann, da passiert ja auch wahnsinnig viel, ne? Und wir sehen einen Homelander, wie geschockt der ist, dass auf einmal Billy Butcher, ähm, Ja, 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 genau. Der halt auf einmal halt auch Kräfte altert. Ja, und ich glaub, das war so der tieferliegende Punch, äh, in dieser Szene ist, dass du auch als Zuschauer merkst, oh geil, der Homelander hat Schiss und Homelander merkt, okay, er hat einerseits, äh, irgendwie so seinen Nemesis vor sich, nämlich Soldier Boy und dann aber auch noch einen, einer, der ewige Rache geschworen hat, der jetzt plötzlich auch super Kräfte hat, ähm, das fand ich eigentlich das Spannende daran und dass sie aufeinander losgehen und dass er wirklich auch das Ende der Szene ist, dass Homelander, ähm, ja, auch abhaut. Also er, er haut sich auf, oder, er fliegt ja dann weg, das heißt, es ist ja auch eine Szene, wo Homelander tatsächlich wegrennt, das ist auch neu und was danach passiert, fand ich großartig, äh, radikal und kompromisslos, also dass da auch einfach mal ordentlich was in die, äh, Moment, ist das schon davor oder ist das danach? Wann, wann, wann geht, äh, wann geht, ähm, Soldier Boy auf die Zwillinge los? Nö, das ist, äh, das ist ja quasi ganz kurz davor, dass er quasi, dass er, glaube ich, die Zwillinge ja wegschießt und, ähm, naja, der Soldier Boy, das, das wird vielleicht so ein bisschen angedeutet schon, aber es wird ja später ausgesprochen, dass er, glaube ich, PTSD hat und, äh, ja, genau. Und dementsprechend auch manchmal einfach so random, so random explodiert, ne, das sehen wir das erste Mal, wenn er, glaube ich, in New York ja irgendwie ankommt, da sprengt er ja auch eben so ein ganzes Hochhaus einfach irgendwie weg und, ähm, kann sich aber selbst gar nicht mehr so daran erinnern, dass er es überhaupt gemacht hat und das passiert ja, das Gleiche passiert ja dann auch auf diesem Hero-Gessen und dementsprechend sterben ja so unfassbar viele, ja, Supes halt auf der Party und da sprengt er das ganze Haus ja fast weg. Ja, also die, das sind Kombinationen, also praktisch dieser, okay, er sprengt jetzt halt mal dieses Haus, das ist ja auch extrem übel und, ähm, danach dieser Endkampf, ich fand's sehr stimmig, also fand ich, äh, krasser als den Hero-Gessen selbst. Ähm, was wir halt auch noch hatten, das war dann ja noch dazu, weil ich gehe jetzt hier so speziell mal so auf die Kämpfe ein, weil ich die Kämpfe halt sehr mag, ne, den Endkampf fand ich halt auch sehr gut, da haben wir dann ja halt auch dann eine Queen, eine Queen Maeve, die dann ja wieder zurückkommt und dann halt gegen, äh, gegen Homelander kämpft, wo ich halt auch krass fand, okay, gut, ähm, die verliert erstmal ein Auge, fand ich halt auch derbe und, äh, und die ganzen Boys einfach alle zusammen gegen den Soldier Boy halt einfach kämpfen und sich ja dann, ich dachte erst so, da hab ich mir gedacht so, oh Mann, das hätte man auch wieder viel noch konsequenter schreiben können, wo der Queen Maeve mit Soldier Boy rausspringt, der quasi beide Parteien in die Luft springt und ich dachte wirklich so im ersten Moment, ja krass, die sind jetzt beide tot. Ja, ja, ja. Und, ja, sind sie halt nicht. Und das fand ich halt wieder halt schade, weil bei Queen Maeve war es ja jetzt schon, ja, aber ganz ehrlich, du weißt ja schon, die kommt nochmal zurück, auf jeden Fall. Also, weil sonst wäre sie tot. Ja, das ist richtig. Das fand ich halt ein bisschen schade, aber trotzdem auch den Endkampf fand ich super, weil das hätte man viel spektakulärer inszenieren können. Ich bin froh, dass sie es nicht gemacht haben, ich habe aber schon Kritiken im Netz gehört, wo genau das halt kritisiert wurde, wo man sich das eher so gewünscht und gedacht hätte, so, ja, die schmeißen sich da jetzt komplett durch die ganze Stadt jetzt. Keine Ahnung, also, ich finde, es gibt andere Filme, die machen das und ich muss das nicht überall haben. Ich mag das auch mal, wenn das ein bisschen kleiner und geerdeter halt auch einfach mal ist. Ja, bin ich bei dir. Und dafür, dass es in Anführungszeichen kleiner und geerdeter ist, ist es ja immer noch sehr epochal und krass. Ja, ich bin bei dir, ich finde es eine schöne Balance. Also, es ist nicht so ein Man of Steel, okay, wir machen jetzt einen kompletten Stadtteil zu Schutt und Asche, sondern, ja, es hat nur mal ein Hochhaus. Das reicht ja auch schon. Ja, aber jetzt erzähl doch mal, was dein Platz war, ist denn so langsam, ich weiß nicht, ob ich da ein Muster drin erkenne von 3 zu 2. Von 3 zu 2? Ja. Ach so, ja klar, es geht mal wieder um Penisse. Was ich irgendwie krass fand und wo ich auch richtig lachen musste, aber gleichzeitig dachte, what the fuck ist, auch bei dem Herogasm-Event, was ja auch schon davor angedeutet wird, dass unser, hier, wie heißt er, unser Aquaman? The Deep. The Deep, genau. Dass der halt da auf diesem Herogasm-Event einfach auch mal Sex mit einem Oktopus hat, weil er mit Meereslebewesen offensichtlich kommunizieren kann. Wir werden darüber auch noch sprechen in den nächsten Minuten. Und ich fand's insofern krass, weil ich dachte, oi, also, dass in einer Serie oder einem Film tatsächlich Sex mit Tieren so explizit gezeigt wird, kenne ich tatsächlich nur aus einer weiteren Serie und das ist Black Mirror, die erste Folge, wo der Premiere Sex mit einem Schwein hat, weil er erpresst wird. Was ich schon damals, was ich bei Black Mirror unfassbar krass fand und bei jetzt so, wenn man die Vorgeschichte auch von The Deep kennt, ist es natürlich so ein bisschen witzig, weil man weiß, okay, der steht halt auch auf die Meereslebewesen oder vielleicht speziell auch auf Oktopusse. Oktopoden. Oktopoden. Und geiles Nischenwissen, Chris, ich lieb's. Genau, und dass er da einfach Sex hat und einfach so ein Oktopus an sich dran kleben hat, fand ich sehr witzig. Für mich in dem Moment so ein What the Fuck. Auch geil, dass Starlight dann auch erstmal, ist es Starlight, doch ich glaub, sie macht ja direkt auch erstmal ein Bild und sagt, okay, ich werd dich bei Zeiten noch erpressen damit, okay, tschüss. Und dann, dass aber nachher der Oktopus im Prinzip auch bei der Ehe von The Deep und seiner Frau auch nochmal eine Rolle spielt und dass sie es weiter, ihn weiter mit reinnehmen, nämlich so dieses, hey, aber lass doch mal gucken, ob wir diese Ehe öffnen können mit einem Oktopus, fand ich so absurd und dass die Frau abhaut und nachher noch ein Buch über ihre Befreiung aus dieser Ehe schreibt, fand ich wieder so, okay, on fucking point, kompromisslos, krass und vor allem witzig und irgendwie aber auch stimmig, wenn man The Deep kennt. Also ich fand das, es hat mich kurz platt gemacht und ich dachte, okay, irgendwie will ich das nicht sehen, aber es war schon auch einfach witzig und krass. Wie ging's dir damit? Ah ja, ich fand die beiden Szenen halt auch echt komplett weird und dachte mir so, ey, was guck ich hier eigentlich, ne? Und ich find's ja halt auch so lustig, es wird ja auch nicht so ganz explizit gezeigt, aber du siehst ja schon, wie er dann da irgendwann so steht und dann quasi in seinem Mittelbereich einfach ein Oktopus klebt und da, ich sag mal, sein Werk verrichtet. Ja. Das ist, ey, wenn du, Alter, das ist so cringe, ne? Und wenn du dir das dann halt so vorstellst, und ich liebe ja dann so dieses leichte, auch schon fast kindliche, so von The Deep, für den ist das halt völlig normal, alle anderen denken, Alter, bist du gestört? Ja, 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 und er so, ey, aber diesen, der macht ja, also ich mein, wenn mich nicht alles täuscht, in der ersten Szene, wo er mit seiner Frau Sex hat und währenddessen den, den anderen Oktopus anschaut, da scheint's ja auch sowas wie ne, ähm, wie so ein Dirty Talk zu geben. Ja, genau, zum Knistern. Und das ist natürlich auch wild und das muss man auch echt sagen, das musst du auch echt erstmal hinkriegen, dass du so einen weirden Charakter so stimmig einführst, dass du denkst, ja, schon krass, aber irgendwie wundert's mich auch nicht. Aber ich denke, aber da frage ich mich halt auch wieder, okay, du kriegst das Drehbuch und lest dir die Szene durch und dann musst du dir auch selber denken, was? Uh. Ja, aber das ist dann wieder das Ding, das macht ja, das macht ja The Boys so kompromisslos, also, ja, sie machen's halt, so. Ja, aber, und halt auch, ich finde, es passt ja auch irgendwie zum Charakter, also so weird wie es klingt, es passt zum Charakter. Total, total, es ist stimmig, also du denkst, fuck, aber gleichzeitig denkst du jetzt auch nicht, guck, geh komplett out of character, ja. War nicht hier noch in Folge, nee, in Staffel 2, da haben wir immer ganz viel so Deep Talk gehabt mit toten, mit toten Wahlen und wie traurig er immer war und jetzt haben wir halt, und jetzt hat er halt regelmäßig Geschlechtsverkehr mit unterschiedlichen Oktopoten, naja. Herrlich. Herrlich. Number 1, was war dein größter What-the-Fuck-Moment in The Boys? Ja, tatsächlich, ich hab's ja eben vielleicht schon so ein bisschen angedeutet, ich liebe ja den Homelander und ich finde, er ist gerade einfach, ey, er ist gerade einer der besten Bösewichte in Serienform, die du gerade so angucken kannst und vielleicht sogar einer der besten Bösewichte, könnte einer der besten Bösewichte für mich auf all time werden, mal gucken, wie sie das so mit dem weitermachen. In Staffel 3 geht sehr, sehr viele schon so in so eine Richtung dazu, weil ich liebe es, irgendwo Charaktere zu sehen, wenn die einfach so ein bisschen überspitzter Schauspielern können und dann halt auch einfach viel mehr Emotionen zeigen als nur mit, oder versuchen rüberzubringen nur mit Worten, was für mich nicht immer funktioniert, wenn Charaktere zu cool sind, so zu cool für die Welt sind und dann quasi einen Gesichtsausdruck haben und dann irgendwie sagen, ich bin traurig und gucken dich aber komplett emotionslos an. Und bei dem hast du das Gefühl, alles, was er sagt, also er streicht halt immer sehr so mit seiner Mimik und du hast sehr viel Charakterentwicklung bei ihm. Das hast du eigentlich quasi von Szene zu Szene angefangen mit, ich hab's ja eben schon angedeutet, mit dieser Rede, wo er sich dann quasi einmal komplett gegen alle sich halt stellt oder wo er sich dann halt auch anfängt, irgendwann gegen Wall zu stellen, den Stan Edgars ja hier quasi dann auch irgendwann ausliefert und der emanzipiert sich halt immer sehr halt so aus sich raus und gibt's noch sehr viele weitere Szenen, aber ich finde die beste Szene mit ihm, ich meine, es ist in Folge 7 gewesen, Folge 7 oder 6 war es, wo er quasi das Selbstgespräch mit sich selbst hat und seinem Spiegelbild und das fand ich großartig, weil du siehst halt zwei Figuren, so vom Bild her, die halt aber ein und derselbe Charakter halt einfach sind, wie sie komplett unterschiedlich spielen und wie er quasi zu sich selbst halt redet und sich selbst mehr oder weniger eine Motivationsrede halt hält, weil er gerade halt am Ende ist. Ich glaube, das war ja auch nach dem Kampf gegen Soldier Boy, wo er halt auch so das erste Mal merkt, so boah, so unantastbar bin ich vielleicht manchmal gar nicht. Und finde ich eine großartige Szene, ich mag ja sowas, deswegen glaube ich, bin ich auch so ein großer Fan von so Sachen wie, ich muss dann immer direkt an sowas denken wie Joker und sowas, ich liebe es dann einfach, wenn du einen Schauspieler halt hast, der halt einfach so richtig gut halt auch mal sich mal acten kann, auch mal so ein bisschen overacten kann und du denen das aber voll abnimmst, weil das einfach voll zum Charakter einfach passt. Ja, also ich bin ganz bei dir, ich fand die Szene in zweierlei Hinsicht auch total spannend, einerseits war das für mich schon okay, das hat mich doch schon sehr an den zweiten Herr der Ringe erinnert, so ein bisschen dieses Selbstgespräch von Gollum, auch sehr unterschiedlich gespielt, natürlich durch diesen Achsensprung ein bisschen anders gelöst. Also du hast ja eigentlich eine innere Stimme, die dem Ich sozusagen was einflüstert oder überzeugen will und das hast du hier auch total spannend, weil du merkst ja die Stimme, diese aggressive Stimme im Spiegel und dieser Homelander im Spiegel ist ja der, der denkt, er müsste noch krasser, radikaler, mächtiger sein, dann endlich wird er angenommen und das ist ja eine offensichtliche Lüge, weil wir wissen, dass das Gegenteil passiert, nämlich alle haben Angst vor ihm und er wird eben nicht geliebt, das kriegen wir ja mit auch in der Staffel, dass öfter Leute ihm sagen, ich hab dich immer gehasst, das ist übrigens auch was für Soldier Boy passiert, also dass alle sagen, hey, ich hab dich gehasst und da dachte ich so, ey, das ist echt spannend, kommuniziert, dass sie da dieses Spiegelbild haben, dass ihm diese Lüge einbläut, du musst noch radikaler und extremer sein, dann bist du am Ziel, dann bist du endlich vollkommen und er hört dieser Stimme ja zu, zerbricht fast unter ihr, hat ja Tränen in den Augen und kämpft ja damit und entscheidet sich ja dann, dieser Stimme Gehör zu schenken und das fand ich auch psychologisch total spannend, dass du eigentlich so eine totale Lebenslüge und so einen falschen Glaubenssatz visualisiert hast und merkst, okay, Homelander radikalisiert sich jetzt gerade, weil er dieser Stimme im Kopf eigentlich Gehör schenkt und ja, totaler Schlüsselmoment in der Serie, hast du total recht, ja. Ja, was war dein Platz 1, also deine beste Szene in Staffel 3? Wir bleiben bei den Oktopoden und zwar einem Oktopus, der später nicht das Vergnügen hat, mit The Deep ins Bett zu steigen, sondern Timothy heißt er, glaube ich, ein Oktopus, rest in peace, Timothy, never forget. Timothy ist der Oktopus, der ein bisschen zuguckt, während The Deep mit seiner Frau Sex hat und später wird eben jener Timothy von Homelander aufgetischt und zwar muss The Deep den lebendigen Timothy essen. Man könnte jetzt ewig noch drüber reden, wie boshaftig das von Homelander ist, aber total in Character. Also auch da dachte ich mir, Homelander, du Drecksack, wie kannst du nur? Dann hast du die Frau von The Deep, die ihm sagt, ja, iss jetzt diesen scheiß Oktopus und The Deep, der ihn natürlich versteht und mit ihm kommunizieren kann, sagt, nee, kann ich nicht machen, kann ich nicht machen, kann ich nicht machen, den hochhebt und dann auch sagt, ey, wir kriegen das ja nicht mit, wir sind ja genauso unwissend wie alle anderen und The Deep kommuniziert auch uns, den Zuschauenden. Er fleht um sein Leben, er hat Frau und Kinder, so nach dem Motto und am Ende, als er kurz vorm reinbeißen ist, dieser Moment, der hat mich gebrochen, er betet, he's praying und ich dachte so, holy fuck, das ist das Schlimmste, was ich wirklich, das ist mit Abstand das Schlimmste, was The Boys bisher gemacht hat, weil ich so Mitleid hatte mit diesem Oktopus, der ja eigentlich, also in Anführungszeichen, nur ein Tier ist, also rein erzähltechnisch und dann, dass er sagt, dieser Oktopus betet jetzt, weil er so Angst hat zu sterben und er wird eigentlich dann auch von diesem einzigen Mensch, der ihn verstehen kann, auch bei lebendigem Leib gegessen, Oldboy lässt grüßen, fand ich eine Szene, ich muss irgendwie halb weggucken und ich muss nicht mal lachen, obwohl ich so eine absurde Szene fand, ich muss nicht lachen, sondern es ging mir so richtig nah, als er dann sagt, he's praying, dachte ich so, scheiße, das ist ein, und Homelander ist so daneben und sagt so, ja, ist mir scheißegal, ist jetzt diesen Timothy, übrigens ist er auch dein bester Kumpel, ja, wenn du Loyalität zeigen willst, dann machst du das jetzt. Also, der gegessene Timothy war für mich ein absoluter What-the-Fuck-Moment, ich möchte diese Szene nie wieder sehen. Ja, das kann ich komplett nachvollziehen, ich glaube auch, das war für mich fast die, klingt ein bisschen absurd über das, was wir vorher so gesprochen haben, aber ich glaube, es ist fast die ekelhafteste Szene, finde ich, im Film, weil ich bin auch immer so ein ganz großer Verfechter davon, Szenen, die in Filmen einhängenbleiben, sind meistens nicht immer unbedingt die visuell krassesten, manchmal schon, aber oftmals, aber oftmals ist eher so diese ganzen psychologischen Sachen und so diese kleinen, perfiden Dinge, so wie das zum Beispiel, weil du halt einfach hier jemanden siehst, der will das auf gar keinen Umständen machen und es ist auch richtig eklig und du hast ja immer mit der Kamera diese Frontansicht halt, auf die wir das halt irgendwann machen, sich den ja, also du siehst ja wirklich, wie er sich ja irgendwie scheinbar, ich weiß nicht, ob es ein echter Oktopus war, halt so in den Mund steckt und natürlich, jeder denkt sofort an Oldboy, haben wir ja nahezu die gleiche Szene, außer dass er es da freiwillig macht, aber sich, allein schon der Gedanke, sich einen Oktopus in den Mund zu stecken, das ist, boah, da wird so ekelhaft. Ja, ich glaube, bei Oldboy macht das auch nicht freiwillig, wenn man konsequent das Skript durchdenkt, aber, ja, ja, er wird jetzt nicht, er wird jetzt nicht gezwungen, sozusagen. Ähm, ja, es ist, äh, es ist eine der krassesten Szenen überhaupt, ähm, fand ich auf jeden Fall crazy. Chris, lass uns auf, äh, Richtung, in Richtung Endspurt gehen. Ähm, so zwei, zwei Fragen habe ich noch mitgebracht, äh, wo mich deine Meinung, äh, interessieren würde. Ähm, die erste Frage wäre so, so im großen, ganzen Kosmos der Superhelden, Superheldinnen-Geschichten und Filme und Serien, die wir ja zuhauf haben, äh, was findest du so, was ist die Bedeutung oder was ist das Popkulturell Wertvolle daran, äh, dass es The Boys in diesem ganzen Sumpf gibt? Ähm, ja, halt, ähm, ich, ich muss dann halt dann immer so rüberschielen, so zu Marvel und zu den ganzen Filmen und auch jetzt hier die ganzen Serien, die sie da jetzt alle rausbringen und ich merke halt einfach, ich bin in dem Ganzen einfach wahnsinnig überdrüssig geworden, so, ich kann mir das einfach nicht mal angucken, irgendwie Marvel, ähm, ey, ich gucke mir immer mal hin und wieder gerne noch die Filme an, ich hab Thor 4, du hast ja schon gesehen, ich hab nicht gesehen, der interessiert mich auch einfach überhaupt nicht, weil der ist mir viel zu bun, viel zu lustig und alles und da sind wir wieder bei so einem anfänglichen Problem, ich mag halt generell, es ist ja mein Geschmack, ich mag einfach Sachen, wenn sie ein bisschen düsterer sind, ein bisschen kompromissloser sind und wenn das halt alles nicht gegeben ist, dann bin ich halt irgendwie raus, dann plätschert das irgendwie so gefühlt durch mein Gehirn irgendwie durch und ich hab da irgendwie sofort danach alles vergessen, weil es ist für mich nie eine ikonische Szene. Gehe ich jetzt hier in irgendeinen Marvel-Film, da weiß ich schon im Vorfeld, was bekomme ich alles, ne? Und da weiß ich, da kriege ich hier eine geile CGI-Action-Kampfszene irgendwie halt drin, das finde ich nett, berieselt mich gut, aber es bleibt nichts hängen bei mir, bei sowas. Und bei dem anderen, bei so Sachen wie so Boys oder du hast ja auch am Anfang schon das mal so den Vergleich zu Watchmen gebracht, sowas bleibt dann halt dann eher mal so hängen bei mir, wenn dann halt dann auch normale Menschen mal mit eingezogen werden. Was heißt das überhaupt für die normale Bevölkerung, wenn es Superhelden gibt? Das Ganze hat ja schon DC immer, versuchen sie ja immer so ein bisschen mit aufzugreifen, aber da gehen sie halt nicht so richtig weit. Die greifen das auf, aber gehen nicht so ganz so weit, weil bei den DC-Filmen, ich glaube hier bei Justice League, da hast du ja auch so diese Sachen, wenn ein Superman halt angebetet wird wie ein Gott oder sowas. Und das geht ja hier auch so ein bisschen in so eine Richtung, nur halt noch weiter bei The Boys. Und ich hoffe, dass das alles mehr in so eine Richtung geht. Werde ich wahrscheinlich bei Marvel nicht kriegen, deswegen hoffe ich ja immer auf die DC-Filme. Joker ist ja auch für mich so ein Paradebeispiel für was richtig Gutes. Comic, ja gut, kann man auch wieder darüber diskutieren. Hättest du Joker den Namen einfach weglassen können, dann wäre es auch ein grandioser Film, weil das halt hier richtig deep in einen Charakter halt einfach reingeht und richtig tragisch halt einfach alles ist, eine richtige Fallhöhe halt einfach hat. Und weil, ich sag's mal so, bei Joker, da habe ich diverse Tränen gehabt als bei, glaube ich, sonst bei keinem anderen Marvel-Film bisher. Ja, weil ich mir manchmal so dachte, egal wie böse der ist, ey, ich kann's ein bisschen verstehen. Ja, ja. Ich weiß ja nicht, wie sieht das bei dir aus? Bist du auch den ganzen Marvel-Kram überdrüssig und dem ganzen Content-Flut, den du ja jetzt auf Disney Plus jetzt halt hast? Das ist halt auch sowas. Haufen Serien. Ich finde, keine ist ja richtig gut. Und das ist ja auch immer der Grundtenor im Netz. Weil ich, wenn ich was nicht so gut finde, frage ich mich immer, liegt das nur in mir? Und wie sehen das andere? Und bei diesen Marvel-Serien sind sich ja fast immer alle einig, so, das ist alles mittelmäßig. Es ist alles Content. Ja. Ja, also dieses Stichwort Content ist auf jeden Fall was, was ich auch immer wieder dachte. Wir haben ja zum Vorfeld auch kurz drüber gequatscht, auch über Obi-Wan. Da hast du ja auch gemeint, ey, es ist Content und ich muss da zustimmen. Ich fand Obi-Wan total belanglos. Dann hätte man wegen mir auch streichen können. Wirklich, es gab keine Fallhöhe. I don't give a fuck. Ich weiß eh, was mit allen passiert. Ich muss auch sagen, Boba Fett ging mir genauso. Also die einzige Star Wars-Serie, die mich so ein bisschen versöhnt hat, war die zwei Staffeln Mandalorian, die ich wirklich fantastisch fand. Ich muss aber auch sagen, dass ich alles andere davor, wirklich die neue Trilogie fand ich Grütze. Ich fand Han Solo absolute Grütze. Also ich fand, da gab es nichts, was mich wirklich vom Socken gehauen hätte. Und bei Marvel ist es ähnlich. Ich fand ganz viel, ich fand WandaVision tatsächlich super spannend. Das hat mir sehr gut gefallen. Das fand ich auch gut. Genau. Und Loki hatte in Ansätzen auch sehr gute Parts, wo ich dachte, ja, das ist noch so ein bisschen was fürs Hirn. Das ist noch mal ein bisschen anders. Dann aber hier Falcon und Winter Soldier oder was das war, habe ich komplett vergessen. Ich habe Hawkeye direkt wieder beim Gucken vergessen. Ich habe jetzt gerade Mrs. Marvel angefangen, was ich jetzt optisch ganz spannend fand, aber wo ich jetzt auch nicht restlos überzeugt wurde. Und ich habe auch gemerkt, ich habe mich jetzt praktisch am Vorabend der Premiere von Tor 4 schon ins Kino gesetzt und habe mir den reingezogen. Und ich habe auch gemerkt, ich habe gar keinen Bock drauf. So viel kann ich sagen. Ich war gut unterhalten, aber auch nicht vom Hocker. Übrigens für dich, Chris, der Bösewicht ist spannend. Der ist tatsächlich nachvollziehbar und cool. Da hätte man, na, wir werden auf 4001reviews.de sehr bald eine Kritik haben. Ich glaube, Ilja wird darüber schreiben. Schaut da gerne mal bei Zeiten rein, was Ilja dazu sagt. Ich glaube, der hat auch eine sehr ausgewogene Meinung dazu, weil er ja auch ein großer Fan von Superhelden ist, aber gleichzeitig auch sehr kritisch an die Sache rangeht. Mehr will ich dazu nicht sagen. Ich merke schon, ja, also ich weiß nicht, ob ich jetzt einen dritten Guardians of the Galaxy brauche und ich weiß auch nicht, ob ich jetzt einen neuen Captain America brauche oder all die Sachen, wo ich mir denke, ach, lasst euch, ja, vielleicht ist es an irgendeinem Punkt auch mal gut. Ich habe tatsächlich alle Filme gesehen und ich habe alle Serien gesehen und ich, ja, ich gucke es, weil ich es halt gucke und weil ich es halt mal angefangen habe, aber nicht aus Überzeugung. Ja, ich finde einfach bei Marvel, das wäre fast ein eigener Podcast wert, da fehlt mir gerade noch so eine komplett übergeordnete Handlung, was ich da gerade einfach nicht sehe und wo wir in der nächsten Phase sind und halt dieses Thema Multiverse ist zwar interessant, dass es jetzt halt bringen, aber es wird halt immer direkt genutzt, so von wegen, dass du alte Charaktere einfach wieder reinschreibst und da haben wir wieder das Problem, was ganz am Anfang wieder, was ich gefühlt alle 20 Minuten sage, es ist halt einfach komplett belanglos, ob da einer stirbt oder nicht, weil der taucht dann eh wieder auf und du kannst es, das ist ja vor allem bei uns dann immer ganz interessant, weil wir uns ja immer mehr so mit Filmen beschäftigen, dementsprechend kriegen wir ja halt auch mehr mit, du kannst es ja schon im Vorfeld erahnen, wer alles wieder zurückkehren wird, nämlich wenn du dich mal so ein bisschen schlau machst, hat der jetzt einen Vertrag oder nicht, dann weißt du, dass der da drin auftaucht oder nicht. Vielleicht an der Stelle, Deadpool ist noch so ein Pferd, auf das ich setzen würde. Deadpool hat mir beide Filme sehr gut gefallen und ist ein Film, der, ich meine, Tor 3 und 4 machen das auch, so ein bisschen sich selbst referenziell auf die Schippe nehmen. Deadpool durchbricht die vierte Wand und ordnet auch das ganze Genre irgendwie ein, das hat mir immer total gut gefallen, also da bin ich riesen Fan von, da hoffe ich jetzt, dass auch der dritte Deadpool nicht enttäuschen wird. Und ich fand den zweiten Deadpool tatsächlich noch besser als den ersten, auch da gerne mal die Kritiken auschecken, die ich da geschrieben habe auf 4000.1.2, kleine Eigenwerbung, aber falls ihr das noch nicht macht, es gibt wirklich sehr ausführliche, schöne Kritiken zu all dem ganzen Superhelden-Franchises, weil wir ganz viele Fans auch in unseren Reihen haben und die Kritiken fallen da doch sehr unterschiedlich auch aus und da darf man drüber streiten, was auch sehr schön ist. Chris, ich habe eine letzte Frage, wir haben es so ein bisschen schon angedeutet im Laufe des Podcasts, was kann denn jetzt eigentlich noch kommen? Also wo geht The Boys hin? Du hast vorhin schon gemeint, ah, vielleicht ist das Ende von The Boys auch das Ende von Homelander und vielleicht auch von Butcher. Was würdest du sagen, was ist so der Next Step für The Boys? Eigentlich glaube ich sehr offensichtlich und zwar wird es ja halt in Staffel 8 am Ende schon angedeutet und zwar ein Charakter, über den wir tatsächlich noch gar nicht groß gesprochen haben. Staffel 8, hast du gerade gesagt? Nee, Folge 8. Ach, Folge 8, ja. Wo über einen Charakter, wir noch gar nicht so viel über die gesprochen haben, ich weiß gerade nicht, vielleicht weißt du, wie sie heißt, die Newman, Dicksbums Newman. Ach, die jetzt in die Politik geht. Genau, die jetzt in die Politik geht, vielleicht halt so die, das ist halt die, die die Fähigkeit hat, quasi Köpfe oder Körper platzen zu lassen. Ja, ja, ja. Und die geht ja jetzt halt in die Politik und das könnte ja irgendwie schon so sein, dass die wahrscheinlich in der Politik sehr, sehr weit nach oben geht. Das wird wahrscheinlich auf jeden Fall weiter erzählt werden und halt auch sehr spannend werden, weil das sie ja ein Soup ist, das wissen ja eigentlich nur die Boys und halt der Homelander, die wissen das halt. Aber sonst so die allgemeine Öffentlichkeit weiß das natürlich nicht und sie ist halt auf jeden Fall einer von den Bösen und keiner von den Guten. Verfolgt halt so ihre eigenen Pläne, das wird spannend. Dann haben wir ja auch noch einen Homelander, der jetzt wahrscheinlich noch mehr komplett freidrehen wird, wahrscheinlich sogar seine, ja, wie sagt man das so, seine eigene Garde jetzt halt aufbauen wird mit seinen eigenen Anhängern, schätze ich mal, die ihn dann wahrscheinlich auch aufs Blut verteidigen werden. Ich könnte mir halt auch vorstellen, dass wir vielleicht sogar wirklich mal eine Szene sehen werden, die ja in Staffel 2 angedeutet wird, von der du eben auch gesprochen hast, wo der Homelander mal auf so eine Konferenz dann halt dann so gehen wird und da wahrscheinlich einfach mal alle umnieten wird, weil die halt nicht seiner Meinung sind, könnte ich mir vorstellen. Ja, dann auch viele Charaktere, über die wir eben gar nicht gesprochen haben, was eigentlich sehr interessant ist, weil da merkt man mal schon so, wie viele interessante Charaktere es gibt. Wir haben zum Beispiel gar nicht über Yui und Starlight gesprochen, wir haben halt über diese Boys, haben wir eigentlich immer nur über Billy Butcher gesprochen, da gibt es ja hier noch M.M., Franchi und Kimiko. Ja, die werden auch spannend auf jeden Fall noch. Ja, wo ich mir halt auch sehr interessant finde, wie es mit denen halt dann so weitergehen will. Gerade M.M. finde ich ja irgendwie einen ganz coolen Charakter, weil der ja irgendwie zwar so ein bulliger Typ ist, aber dennoch super liebevoll eigentlich irgendwie ist und eigentlich an diesem, ey, ich will keine, ich will kein Soup werden, eigentlich mit am krassesten da noch so dranbleiben, weil er halt auch so komplett empört war, als dann halt herauskam, dass Billy und Yui auf einmal dieses Temporary Week sich halt selbst gespritzt haben, wie empört der halt einfach ist und wirklich den Glauben an die ganze Sache halt eigentlich verloren hat. Ich glaube, da wird es halt auch nochmal bestimmt weitergehen. Ich bin mal gespannt, ich habe mir auch schon mal so überlegt, vielleicht könnte es auch so sein, dass sich einer von den Boys sich halt dieses permanente Wii sich halt spritzen wird, damit er das vielleicht die ganze Zeit dann einfach hat. Wenn ja, hat das irgendwas halt zu bedeuten, sterben die dann irgendwie schneller, keine Ahnung, wird auch interessant sein, kommt ein Soldier Boy zurück, wird er halt nochmal Thema, weil ich finde, der war ja ein echt guter Charakter und der ist ja quasi die Antithese zum Captain America, ich glaube, der wird jetzt, und der ist ja nicht tot, der ist ja quasi nur wieder weggesperrt. Ob der dann nochmal einen Auftritt kriegen wird, dann was mit Ryan ist, Ryan ist ja der Sohn von Homelander, der wird ja jetzt auch immer mehr so ins Rampenlicht halt schon so geführt. Bei dem könnte ich mir vorstellen, dass sich da sich irgendwann herausstellen wird, dass er wahrscheinlich noch stärker ist als alle anderen, dass dann vielleicht sogar ein Homelander Angst vor seinem eigenen Sohn kriegt, das könnte ich mir auch vorstellen. Ja. Ja, also es sind sehr viele Möglichkeiten gerade, was Politik angeht, was Brutalität angeht, was noch weitere Charaktertiefe halt angeht. Ich bin gespannt, ob sie sowas wie ein Stan Edgars wieder zurückbringen, weil ich finde, du brauchst auch wirklich irgendjemanden Bösewicht, der einfach nur smart ist und intelligent ist und vielleicht nicht krass ist. Und das war, das hatten wir ja eigentlich gehabt mit einem Stan Edgars, der jetzt aber quasi auch rausgeschrieben ist. Ich glaube so in Folge 3 ungefähr war das ja, dann kam der ja halt auch nicht wieder. Ja. Was ich schade fand dazu, ich bin da bei dir, so einer, der auch ausspielen kann. Also der sagt, okay, auf einer anderen Ebene spiele ich jetzt zum Beispiel die Öffentlichkeit, Social Media etc. gegen die Superhelden aus oder gegen so einen Homelander. Das ist ja auch was, was Homelander im Laufe der Staffel ja auch dann selbst übernimmt. Also dass er nicht nur omnipräsent und mächtig ist, sondern dann auch so relativ smart die Sachen umdeutet. Also so, übrigens, ich bin jetzt mit Starlight zusammen. Also dass er so diese, ne, dass er so diese ganz vielen Kniffe irgendwie auch mit reinbringt, das macht ihn aber noch mächtiger. Und ich finde, es bräuchte da nicht nur, du hast da vollkommen recht, nicht nur so einen Soldier Boy, der rein physisch mit kann, sondern auch jemand, der weiß, wie kann ich denn jetzt Homelander vielleicht in seiner eigenen Persönlichkeit ad absurdum führen oder so praktisch auflaufen lassen. Ja, ich finde, das haben wir ja immer ganz oft bei DC und bei DC-Bösewichten, die sind meistens nicht immer unbedingt so die Stärksten, die sind aber meistens sehr intelligent und sehr smart und ich finde, so einer fehlt hier gerade so ein bisschen und ich hoffe, dass so einer halt da wieder zurückkommt. Noch dazu sind das immer die Charaktere, die musst du ja auch immer erstmal etablieren und dass das halt auch glaubwürdig ist und jetzt, wenn der zu neuer dazukommt, der muss dann halt auch dann gut eingeführt werden und ich hoffe, dass so einer kommt, weil ich finde, muss nicht immer alles mit reiner Power halt irgendwie mal lösen. Ja, genau, das darf auch. Und vielleicht ist das jetzt das Ding, also wir haben jetzt diese politische Ebene, die sich mehr öffnet mit Homelander und mit der, ich habe jetzt ihren Namen auch. Victoria Newman. Victoria Newman, danke. Perfekt. Victoria Newman, die auch in die Politik geht und da ja wahrscheinlich noch, als wenn es da wirklich um Vizepräsidentin, wenn mich nicht alles täuscht oder irgendwie so in die Richtung geht oder zumindest ein höheres Amt als jetzt Homelander politisch hat, das könnte natürlich nochmal sehr krass sein, das hat mir mehr politisch passiert. Wäre ich Fan von, fände ich total spannend, ich bin mir sicher, den AutorInnen fällt da auf jeden Fall was Gutes ein. Das denke ich auch und ich glaube, da haben wir jetzt einen sehr großen Rundumschlag gegeben über Soboi, Staffel 3. Genau. Und an der Stelle, Chris, erstmal dir vielen Dank für deine Insights und dein Know-how. Ich fand es total spannend, mit dir drüber zu quatschen. Auch wohlwissend, dass du ein großer The Boys Fan bist. Ja, es etabliert sich gerade für mich einfach als eine der besten Serien. Das kommt so ein bisschen darauf an, wie es jetzt halt weitergeht. Also für mich ist es wahrscheinlich sogar gerade die beste Staffel von The Boys an sich und gerade halt auch so die beste Staffel, die dieses Jahr halt so rausgekommen sind von einer Serie. Man muss aber dazu sagen, wir haben ja quasi gerade Halbzeit von dem Jahr und deshalb warten uns ja wahrscheinlich noch einige Kracher mit hier House of the Dragons und Ringe der Macht. Also da könnten auch richtige, richtige Knüller kommen. Wenn ich bei mir so auf letztes Jahr gucke, so mein Serien-Highlight letztes Jahr kam auch sehr, sehr spät erst. Aber aktuell wäre es halt als The Boys. Ja, also gehe ich mit The Boys auf jeden Fall. Sticht heraus aus dem ganzen Sumpf. Superhelden-Sumpf, aber auch generell Serien-Content. An der Stelle bedanken wir uns fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann schreibt uns doch gerne mal eine Mail oder auf Instagram, Facebook, wo auch immer ihr uns findet. Wir freuen uns immer. Besucht uns gerne auf 4001reviews.de. Kommt mit uns ins Gespräch. Vielleicht seid ihr auch ganz anderer Meinung. Vielleicht habt ihr The Boys Staffel 3 auch gar nicht gefeiert. Sagt uns doch gerne warum und was eure Meinung ist. Und natürlich sind wir immer dankbar für Vorschläge, worüber wir denn in den nächsten Flix und Fertig Folgen sprechen können, sollen, dürfen, müssen. Schreibt uns das doch auch gerne. Wir haben immer Bock. Wir sind ein sehr buntes und diverses Team mit sehr unterschiedlichen Meinungen, was ich immer sehr herausfordernd aber umso schöner finde. Und deswegen lasst euch gut gehen, passt auf euch auf und wir hören uns beim nächsten Mal bei Flix und Fertig. Macht's gut. Mach's besser. Ciao, ciao.